Ich bin mit drei Workshops dabei, Power Yourself. Ich bin seit 25 Jahren Fitness-Trainerin und Personal-Trainerin. Also da können wir uns einfach auch mal körperlich wirklich erleben, erspüren und vielleicht auch körperliche Grenzerfahrungen machen. Wir schauen mal, was so möglich ist bei uns. Mit Shanti-Yoga, es wird auch ein Friedens-Yoga. Da geht es wirklich darum, Frieden für Körper, Geist und Seele, Frieden für dich. Mit Vipassana-Meditation, wo wir wirklich in die Stille gehen werden. Ich selbst habe es in Thailand praktiziert und da freue ich mich sehr auf Stille pur mit dir, nachdem wir über ein Gayatri-Mantra, über eine kleine Atemübung in die Stille gehen. Ich wünsche mir, dass du wirklich auch richtig gut spürst, wie du bei diesem Festival immer mehr zu dir selbst kommst. Und das ist auch mein Grund, warum ich dabei bin und was mich inspiriert, ja, wirklich immer mehr den Weg meines Herzens zu gehen. Alles Liebe. Bis zum Mai. Tschau. Hier.